Einen schönen guten Morgen, mein Name ist immer noch Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den IAN-G-Margritz-Morning-Call für Freitag, den 8. März. Gut, und wir beginnen am heutigen Freitag zunächst mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tagesschart, der ja auch als Taktgeber gilt für den deutschen Leitindex DAX. Wir sind hier am Vortag wieder kräftig angestiegen, erneut im Bereich um den 10er EMA im Tagestief dann nach oben abgeprallt und dann letztendlich mit dieser starken bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Wir haben ein neues Verlaufshoch bei 5.168 Punkten ausgebildet und nehmen nun aktuell Kurs auf die Marke von 5.200 Punkten. An der Lage hat sich nichts geändert, der übergeordnete Aufwärtstrend ist klar intakt, wobei Rückläufe erneut hier im Bereich um den 10er EMA auslaufen. Hier würden sich dann auch in Zukunft höchstwahrscheinlich neue Longpositionen je nach Tagesverlauf dann anbieten, bevor dann der übergeordnete Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden sollte. Gut, wir machen dann weiter mit dem Wochenschart im DAX, da lagen wir aktuell im Wochentief bei 17.615 Punkten. Wir haben mit dem Wochentief einfach nur einen Retest durchgeführt des unteren Fibonacci-Fakers, nachdem wir in der Vorwoche hier über den Fibonacci-Faker nach oben ausgebrochen waren, damit ein langfristiges bullisches Signal generiert haben, was dann in der Folge auch bestätigt wurde. In der laufenden Woche bewegen wir uns aktuell mit dieser bullischen Wochenkerze, an der sich wohl auch nicht mehr viel ändern wird. Wir haben noch den heutigen Freitag, aber wahrscheinlich wird es dann dem Aufwärtstrend folgend hier weiter hochgehen und die nächste Anlaufmarke wäre nun der Bereich von 17.900 Punkten, darüber dann natürlich die runde Marke von 18.000 Punkten. Gut, wir machen dann weiter mit dem Wochenschart im DAX, da lagen wir aktuell im Wochentief bei 17.615 Punkten. Wir haben mit dem Wochentief einfach nur einen Retest durchgeführt des unteren Fibonacci-Fakers, nachdem wir in der Vorwoche hier über den Fibonacci-Faker nach oben ausgebrochen waren, damit ein langfristiges bullisches Signal generiert haben, was dann in der Folge auch bestätigt wurde. In der laufenden Woche bewegen wir uns aktuell mit dieser bullischen Wochenkerze, an der sich wohl auch nicht mehr viel ändern wird. Wir haben noch den heutigen Freitag, aber wahrscheinlich wird es dann dem Aufwärtstrend folgend hier weiter hochgehen und die nächste Anlaufmarke wäre nun der Bereich von 17.900 Punkten, darüber dann natürlich die runde Marke von 18.000 Punkten. Gut und abschließend schauen wir uns noch den Tagesschart an, da steht auch wieder der 10er EMA im Fokus, genauso wie in den Vorwochen. Auch hier haben wir seit dem Verlaufstief Ende Oktober von 14.588 Punkten einen starken Aufwärtstrend eingeleitet, wobei Korrekturen dann im Bereich hier um den 10er EMA in der Regel auslaufen, beziehungsweise leicht darunter. Wir befinden uns außerdem hier klar über der Ichimoku-Wolke sowie über dem 50er EMA, diese dunkelblaue Linie hier und auch am Vortag sind wir im Tagesschart genau bis zum 10er EMA zurückgekommen bei 17.615 Punkten und dann erneut angestiegen und mit dieser bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Long-Positionen dürften sich also auch weiterhin im Bereich um den 10er EMA anbieten, bevor es dann wohl dem übergrundeten Aufwärtstrend weiter aufwärts geht. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem ING Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chart Flash. Wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading und ein erholsames Wochenende. Wünsche Ihnen noch viel Erfolg im Willens